Wir müssen auf die andere Seite den Berg hoch, da oben ist ein Frontdreh. Gut, dann gehe ich auf die andere Seite den Berg hoch. Aber ihr könntest nicht mehr capten, wir haben A verloren. Dann machen wir den Brawler hier. Oh, er wird von hinten abgeballert. Egal, hier hast du den Brawler. Okay, ich bin tot. Ich hoffe, du hast mit auf den Brawler geschossen. Der brennt ja totes Leben, schieß auf den scheiß Brawler. Nee, ich werde rasiert von oben. Ich ziehe noch mal einen neuen, aber diesmal fahre ich nicht da unten rum. Ja. Ach, da ist dieser behinderte A-Punkt, okay, ich ziehe eine Max. Da kann man nämlich richtig schön Infanteristen farben. Wollen die Farben dich? Nein, wenn ich nur Max bin nicht. Darf da drüben gleich mal rein und sag Hallo, ne? Ja, sag mal Hallo, wir grüßen schon mal vor. Ja, grüßt das schon mal für mich. Richtet schon mal einen schönen Gruß aus. Oh, du weißt nicht, da ist es rein. Ich hab's ja gleich mal beide wieder weggenommen. So, die ersten drei habe ich. Ich bin jetzt auch gleich wieder positiv, Gott sei Dank. Oh, jetzt schießt mir das eigene in den Rücken. Jetzt brauche ich den Inchi. Wunder, du bist Inchi, oder? Ja. Wo bist du? Komm mal hierher. Direkt vor dir. Ich hab den Inchi ein bisschen eingeschenkt. Oh, der ist aufgestanden. Medic up, medic down. Gut, so. Ah, ist safe. So viel zum Thema, ah, wird ein Problem. 2, 2 Leiten, äh, Sandy ist direkt bei mir. Die kommen runter zu A. Sven bleibt bei A. Ja, ich rüste um. Auf Antifahrzeug. Nein, zurück, die kommen gleich mit Infanterie reingestürt. Kann schon Fahrzeugabwehr. Aber Infanterie kann ich damit auch töten. Muss ihn nur genau treffen. Einer brennt. Einer ist down. Zweiter hat aufgemacht. Hab ihn! Oh, noch nicht. Schade. Hab ich. Ich bin drauf gewartet, bis einer Zift hier drauf legt. Und weiter verbindet. Ja, ich. Ja. Da oben ist ja noch Brawler. Und da kommt der Lipp. Sniper von rechts drüben. Na links. Ja, ich bin hier bisher im Kreuzfeuer irgendwie. Okay. Ja, ich bin tot. Oh, du schaust noch. Aber, ähm, jetzt machen wir noch neun Minuten. Da beende ich eh das und gehe offline. Oh, ich muss das ja noch ändern. Ich muss noch was schreiben fürs Geschäft. Und dann... Puto, machst du wieder Angie? Wir treffen uns oben auf den anderen Plattformen. Jupp. Bin ich. Digga. Jagd, den grad Markus, der dir das angetan hat. Aber ich hab ihn leider nicht tot bekommen. Ich hab ihn zwar noch gut eingeschenkt, aber ich hab ihn nicht mehr tot bekommen. Ja, ich kann mir so einen Teleporter hochfutter. Jupp. Ich bin oben. Ja, wenn der Teleporter funktioniert würde. Hallo. Aber hier oben ist nix mehr. Ach, hier bist du eigentlich... Da drüben doch. Ah, da drüben ist ein Spion. Ich hab dich hier grad eben noch im Brawler. Überlebe ich. Kommst du? Wir sind doch rüber gekommen. Bringit. Überlebe ich das? Solltest du ja. Also ich hätte ja gesagt. Ja, sogar richtig gut. Ich kann... Harry hat 2,50, gell? Was? Ein Harry kostet 2,50. 150. Wollte ich hol einen. Das dauert mir zu lang zu Fuß. Ja, vorn steht ein Brawler. Willst du bei mir bleiben vielleicht? Danke. Ach so, komm. Ah, ich komm nicht mehr hoch, scheiße. Oh oh. Jetzt hört mich gleich Infanteristen. Komm runter. Nee, ich muss hier oben bleiben, weil da unten zerlegen möchte ich die Panzer. Ich geb den Panzer jetzt dann oben. Ja, ich hab dieses Feuer auf mich gezogen, mal freundlicherweise. Ja, der Brenn ist dauernd. Ich hab ihn. So, erster down, jetzt hat er noch der Brawler. Ach, jetzt bin ich wieder oben. Wir müssen auf die andere Seite den Berg hoch. Roll mit Infanterie. Gut, dann geh auf die andere Seite den Berg hoch. Anti-Fahrzeug-Max ist einfach saugut, wenn du dich spielen kannst. Das ist echt. Ich liebe es. Ich bräuchte noch drei Kills normalerweise. Da hoch, Sven, hier hoch. Wir müssen den Berg noch clearen. Aber ich bin Anti-Panzer, ne? Das ist dir schon noch klar. Ja, das flankt schon. Das heißt, ich muss die Leute snipen ohne zoomen. Ach du Scheiße. Der ist tot. Hier vorne ist noch einer. Da ist eine Max. Hier sind viele. Und ich hab Sandi gebunden. Sanderer, komm mal zu mir. Ah, ich bin tot. Scheiße. Jo. Ich hab nachladen müssen, da er mich hier gemacht. War eine geile Idee, hier hochzulaufen. Was schön locker. Ich lebe da. Ich bin fast tot. Gib mal Marcos Lead, dass er das Spawn Beacon setzen kann. Alter. Spawns bitte. Geht schnell. Dann müssen wir herkommen. Dann kann ich dich rappen, aber... Ach, du bist Edgy? Ja, eben. Gib mir das Lied. Ich hab kein Leben mehr. Darum kann ich dir nicht folgen, weil sonst ist es nah bei mir. Aber mega was, ja. Ja, ich gebe ihm ein Lied. P-Splatoon, glaube ich. Na ja. Da wacke ist es mal dick. Gleich. Sofort. Ja, jetzt werden wir uns wichtig erst mal. Ach, gut. Los, 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 los. Ich komme als Sunny. Ich muss erst mal irgendwo platzieren können. Da. Setzt. Bis da. Nein! You fuck! Oh, oh fuck. Panzer wie der Wackers. Aua. Boah. Ich brauche noch drei Sekunden. Achtung. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Oh, fuck. Ich komme, ich komme, ich komme. Als Medic hoffe ich. Ja, natürlich. Ich habe es doch gesagt, ich komme als Medic. Oh, natürlich. Ich auch. Direkt in die Leute reingespawnt. Ja, ich habe doch gesagt, da spawnen ist total doof, spawnen richtig. Aber du wolltest ja nicht. Meinst du immer, meine Ratschläge sind dämlich? Ja, natürlich. Und letztendlich stellst du jedes Mal danach fest, ich hatte recht. Nein. Das will ich nie zugeben. Aber du stellst es fest. Ja, aber nicht gesagt, gibst du zu. Ich habe gesagt, stellst du fest. Da oben ist ein Tansandi auf jeden Fall. Und die letzte Aktion ist jetzt noch einen Weaver zu ziehen und da hoch zu fliegen. Du weißt, du hast gesagt, die da oben über Leingang und Reaver weg. Okay, ich verstärkt. Nein, ich kann keinen Reaver ziehen. Ich habe nicht genug. Sonst hätte ich die Finze verstärkt. Nö. Ich bin nie tot. Habe ich nicht alles erwartet. Toll, ich bin jetzt direkt am Arsch. Was beschießt mich? Alter Leute, das war es jetzt. Nein, was noch nicht? Ich habe nur vier Minuten. Und dann läuft jeder. Ja, A ist safe. Also A ist safe. Ja, wir haben die halt nur noch da oben auf dem Berg, die Leute. Ja, genau. Die sind hart. Ich bin halt einfach Kämpfer. Der Klasse pur. Der Klasse pur. Pure Kämpfer. Da, rechts. Ah. Du musst einen Medic machen. Oh, der lebt immer noch. Oh, ich habe drei Verdienstabzeichen in dem Leben geholt. So, was mache ich jetzt? Hol ich mir jetzt ein Flugzeug? Meinst du, ich habe da... Nein, ich habe da im Flugzeug keine Chance oben, oder? Nein, nein, die haben... Die schalten sofort auf. Wir könnten es mit dem Harrison probieren. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Mit... 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 Artikelinfanterie oder Fahrzeug? Infanterie, da oben ist nur Infanterie. Ich bin nämlich oben grad. Oben ist ein... Brawler ist oben. Äh... Nur Infanterie Brawler. In der Backs. Ja, Max habe ich jetzt gerade gefunden. Was war das jetzt? Markus ist raus. Disconnect. Na, wo bist denn du jetzt? Ich bin hier fast oben. Oben... Oben auf dem Berg. Bin auch oben auf dem Berg. Wo bist du? Ganz oben bei der Max. Ich stehe neben der Max gerade. Achso. Ja, das ist natürlich Logik. Alter, wie hat der mich sehen können? Ich bin tot. Alles gut. Ich habe jetzt eine Wechsel und den überfahren und mehrfach Infanterien geroadkilled. Und jetzt bin ich wieder unten. Du möchtest einsteigen, ja? Ja, ich komme. Aber das ist die letzte Aktion. Ich muss jetzt jetzt noch rendern und ich muss noch was schreiben. Alter, war das ganz schön wieder eine geile Aktion von mir. Überlein. Und anderthalb. Solo Airways hat einfach drei Roadkills gezogen oder so. Wo bist du? Direkt unter mir? Ja, ich komme. Achso. Scheiße. Verkehrte Krupp. Klasse. Ich kann ja noch eine Wechsel. Kannst dir wechseln. Ich habe einfach drei Stück Roadkilled und auf einmal eine Wechsel. Wobei einmal hochfahren. Gut. Los. Das ist für mich schon wieder maximal ein Skill. User entered your channel. Hallo. Hier bin ich falsch. Hier bin ich hoch. Hier bin ich hoch. Weil Poala ist aber direkt auch über uns. Der stört uns dann. Ich glaube mir. Das ist einer von uns, den darf ich nicht anschießen. Ich habe wieder eine überfahren. Ich habe einen erschossen, glaube ich. Warte, fahr weiter, fahr weiter. Ich rappe. Das hinten rappe bringt fast nichts. Ja, fahr aber weg hier. Du fahrst ja außenrum fahren in der Zeit, wie ich rappe. Bis wir wieder oben sind, habe ich dich gerappt. Ja, hast du nicht. Das dauert viel zu lange, glaube ich. Du bist voll. Ja, das war ich gerade rapp. Ja, jetzt. So. Ja, mach den mal. Da, weiter schießen. Du kriegst den. Sag ich doch. Oh, jetzt haben wir gleich ein Problem. Ich steig aus. Jo, das war zu spät ein Tick. Aber ich habe wieder noch drei Leute geholt. Du hast nachher ein Harrison gesprengt. War eine gute Aktion, glaube ich. Jo, kann man lassen. Das war auch die letzte Aktion in dieser Aufnahmesession. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschö.